BMW – diese Marke verpflichtet. Bei der Firma Motorradsänger in Rüsselsheim ist man sich dieser Verantwortung vollauf bewusst und agiert dementsprechend auf sämtlichen Arbeitsfeldern. In der Vorzeigewerkstatt dreht sich alles um heiße BMW-Öfen, die hier von nicht weniger als vier erfahrenen Meistern gewartet und repariert werden. Und wer eine BMW älteren Semesters sein eigen nennen kann, findet für die coolen Oldtimer hier ausgewiesene Spezialisten. Sie haben noch keine BMW? Kein Problem! Bei Motorradsänger finden Sie attraktive Bike-Angebote samt Zubehör inklusive einer ausführlichen Beratung durch das TAFE-Team. Neben der exzellenten Qualität aller Leistungen sind es auch das soziale Engagement und die Unterstützung vieler Vereine, die dem Familienbetrieb einen ausgezeichneten Ruf im ganzen Rhein-Main-Gebiet eingebracht haben. Vertragshändler und Meisterwerkstatt Motorradsänger – die Adresse in Rüsselsheim, wenn es um BMW-Bikes geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020